In der Aktuellen Stunde beschäftigen wir uns mit den Impfungen im Land Salzburg sowie Corona insgesamt den morgigen Landtag bestimmen wird. Wir tagen in halber Besetzung sozusagen aus Vorsichtsmaßnahmen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dass immer ein arbeitsfähiger Landtag auch arbeiten kann und daher morgen Corona im Mittelpunkt. Darüber hinaus wird es darum gehen, welche Wirtschaftshilfen zur Auszahlung kommen. Auch die Schnelligkeit der Auszahlungen ist ein Thema, aber auch die Nach-Corona-Zeit wird uns beschäftigen, nämlich mit dem europäischen Wiederaufbaufonds und einem Maßnahmenpaket gegen Jugendarbeitslosigkeit nach der Krise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017